hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen youtube video dieses mal sage ich nur eins legendär wir haben es endlich geschafft nach mehreren jahren eine aller allererste icon zu ziehen zieht euch das video rein ich möchte dieses video und mit diesem video unbedingt diesmal diese zehn likes knacken also gibt euch mir das liebe da das video bis zum schluss rein folgt mir sehr gerne auf twitch wenn da jeden abend online gefühlt lasst mir ein follower auf liebe noch zwei stück fehlen dann haben wir 100 follower am start und viel spaß mit dem video das hier das seltene gemischte ist das erste abfahrt starten mit einem 84 meint ihr ist da irgendwas drinnen alter ganzen packs kommt ab ins prime und die da ist er doch ist jetzt gealter es geht um den vermeintlichen richtigen pick man hätte ja Baby Was kostet jetzt 200k bei der Tash, Alter GG, Mann, GG, Alter Geiles Ding, Alter Was ist noch ein Toti hinter? Oh, Baby Radeable schmeckt Adi ist Untrade, wa? Der Untrade, man Das Untrade Weißt du, ich dachte, ich kann die verkaufen Park, muss ich Team umbauen Weil den muss man doch spielen, oder? Den muss ich doch spielen, oder? Was schmeckt? Was schmeckt? Mein zweiter Toti Du hast so viel Peglack, zwei Toti's Neh, mal rot und so weiter Ich zieh nicht das ganze Jahr über Außer jemanden Aber immer Untrade, Mann Immer Untrade Okay, ab und rein Das nächste Gut ist oben, was jetzt? Hauptsache nicht Ronaldo Ronaldo, Ronaldo wäre ein bisschen bad K-Packs Als tradable Bei Untrade Als tradable mache ich zum Schluss Der war einfach mal in so einem Premium Premium-Spieler-Upgrade-Pack drin Ich sag euch, wie es ist Hier wird nur Gammelscheiße drin Ah, nicht mal Walkout, Alter Ja, ihr gönnt nicht mehr Bitteres 100k-Pack Ganz bitter Sehr bitter Sehr bitter Sollene Mitte muss es richten Mit der Nase Mit der Nase mach ich auf Und gibt Ja, noch ein Toti, Alter Nein Ja, geil, geil, geil Oh, Baby Den wollte ich haben, Alter Kuss, Alter Let's go Ja, schmeckt, Alter Ich hab erst Angst gehabt Ich dachte, Ronaldo, Alter Ja, Mann Richtig, Alter Huh, Baby Huh, Baby Huh, Baby Geil, Alter Der schmeckt Den wollte ich unbedingt haben, Alter Hat zwei Totis gezogen jetzt, Alter Geil Ich hätte ja schon fast einen Totikon da einrichten können Ja, Mann Geiles Dingens, Alter Bring mich um bei den Packs Geiles Ding, Alter Und noch was dahinter Was für ein Pack, Alter 1 Maul Was für ein Pack Oh, ho, 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 ho Gut, Alter Was für ein Pack Oh, shit Oh, shit Was für ein Pack, Alter weil er sei kein alter holy holy shit alter was das für ein peckmann 100k meinschlein alter gönnt übel wo die und er hätte ein icon pürlo alter und nicht tradable aber das antritt scheißegal baby live kommt rein alter schmeckt alter alter falter kann zwar mit dem gar nichts anfangen was ein pack alter alter falter